Lasset die Lobpudelai beginnen! Aber nein, ich muss ja einen mega Heuschnupfenanfall bekommen. Also ich konnte echt nicht. Ich war echt nur noch am Niesen und so. Ihr merkt ja vielleicht noch, dass ich ein bisschen heiser bin. Also keine Ahnung, ob es eine Erkältung ist. Es müsste eigentlich eher Heuschnupfen sein als Erkältung. Aber ich bin mir auch nicht mehr so ganz sicher. Ist auf jeden Fall gerade echt schönes Zwitschern, so die Vögel im Hintergrund. Ach schön, das hört ihr zwar nicht. Also ich habe eben nochmal nachgeprüft, dass man das nicht hört. So, wir haben auf jeden Fall jede Menge Kommentare, die auch in eine etwas andere Richtung gehen, als ich gedacht hätte. Ich überlege gerade mal, wo ich... Kommt da genug rein? Ja, ich denke schon. Ich spiele auch gerne nur mit 13 Leuten zusammen. 13! Das ist eine Unglückszahl! Gut. Ich werde auf jeden Fall mir für diese Kommentare ein wenig mehr Zeit nehmen, weil es etwas längere Kommentare sind. Bis auf einer wohlgemerkt, der von Sir Thür... 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 Also T-H-Y-R-M oder wie auch immer. Also, ich will es jetzt nicht falsch aussprechen. Ihr wisst ja, wen ich meine wahrscheinlich. Ähm, der hat mir nämlich einen Kommentar geschrieben, der jetzt aber nicht mehr angezeigt wird bei mir so direkt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Oh, Cruise spielen wir. Nett. Äh, ich weiß wirklich nicht, woran das liegt. Äh... Pff... Ich weiß ja, es kann ja auch sein, dass du den gelöscht hast, den Kommentar wieder. Das ist ja auch durchaus möglich. Ich nehme es aber ehrlich gesagt nicht an, sondern denke, dass es wieder mal irgendein YouTube-Bug ist, den man auch häufiger hat bei Kommentaren. Ähm, dementsprechend habe ich gleich noch die Version genommen, die sozusagen bei mir in der Glockenbox angezeigt wird. Was haben wir eigentlich für einen... Blog? Blog-Info? Achso, Bookshelf. Okay, 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 okay. Ah! Ja, ich kenne dieses neue Prinzip noch nicht so ganz. Wo sollen wir denn als Bookshelf hin? Ah! Ich verkrieche mir jetzt erstmal hier hinter. Das ist zwar kein gutes Versteck, aber... Doch, das ist mega unauffällig hier. Aber, äh, dann warten wir... Halten wir erstmal hier ein bisschen aus und warten mal. Ähm, dann können wir uns hier erstmal so ein bisschen... Oh Leute, die machen einen Blumentopf. Blumentopf sind immer cool. Okay. Dann fange ich erstmal mit dem Kommentar an. Den muss ich jetzt ein bisschen so aus meinem Gedächtnis wiederherstellen, weil bei der Glockenansicht sozusagen nicht der komplette Kommentartext angezeigt wird, sondern das quasi nur eine Verlinkung ist. Und zwar hat er geschrieben, das was ich noch lesen kann. Ich mag deine Videos, mein Kommentarstil ist nicht schlecht und es macht einfach Spaß. Und das war's. Mehr weiß ich davon nicht. Also mehr kann ich davon nicht zitieren. Erstmal vielen Dank dafür. Ähm, ich meine, du hattest noch Kritik verübt danach und meintest, dass ich zu selten regelmäßig Videos raushaue und, ähm, dass ich wahrscheinlich einen Grund hätte, warum ich nicht täglich Videos machen würde, aber dass ihn das schon sehr stören würde, dass man nicht so regelmäßig Content von mir sieht oder nicht so regelmäßiger wie bei anderen Let's Playern sieht. Also, Entschuldigung, wenn ich das jetzt irgendwie verdreht haben sollte, aber es kommt halt nur aus meinem Gedächtnis. Ich bin überrascht, dass ich mir das sowieso überhaupt gemerkt habe bei meinem schlechten Gedächtnis. Grundsätzlich ist das nämlich so, hatte ich ja schon, glaube ich, 10.000 Mal gesagt. Ich bin, glaube ich, eh tot. Oder nicht? Ach, schade. Ja, also ich kenne ja sowieso bei Crews kein gutes Versteck, außer bei, ähm, ähm, als Zaun. Deshalb wäre ich, glaube ich, früher oder später sowieso erwischt worden. Deshalb ist es sowieso egal. Ähm, grundsätzlich, äh, habe ich das ja schon häufiger mal gesagt, ähm, ich möchte mich auch ein wenig damit abgrenzen, dass ich täglich, äh, dass ich nicht täglich Videos mache. So rum. Weil, äh, erstmal war es für mich extrem viel Arbeit, täglich Videos zu machen, weil mein Intent ist halt nicht wirklich das Beste. Und, ähm, so käme es dann halt, dass ich wirklich, ich müsste dann halt am Wochenende alles vorher aufnehmen und, ähm, am Tag das dann wahrscheinlich noch vorher rendern und hochladen. Dafür müsst ihr wissen, dass das Hochladen bei mir mindestens 2-3 Stunden dauert, eher 3-4 Stunden. Wenn ich es in 720p mache. Und deshalb, äh, hätte ich wirklich, es wäre schon einfach zu viel Zeit, was das fressen würde. Es frisst schon so alles extrem viel Zeit, um ehrlich zu sein. Ähm, und gucken wir mal, Bücherregalen hier, vielleicht ist hier jemand. Und grundsätzlich möchte ich das auch gar nicht, weil ich persönlich will mir halt, ehrlich gesagt, also ich sehe das ein bisschen mehr so Vlog-mäßig, mein, mein Videos, äh, was die Häufigkeit angeht und so. Weil für mich ist es einfach wichtiger, mehr qualitativ hochwertige Videos als quantitativ hochwertige Videos zu machen. Kann man das überhaupt sagen, quantitativ hochwertige Videos? Ich glaube nicht. Egal, das ignorieren wir einfach mal. Das habt ihr nicht gehört. Ähm, also wobei das grundsätzlich darum geht, ist natürlich klar, ich möchte mir mehr Zeit für meine Videos nehmen, damit ich auch solche Gags manchmal reinbauen kann oder mir irgendwie mehr Mühe geben kann, wie zum Beispiel mit dem Kommentar einblenden. Wer macht das schon noch, äh, im Let's Play-Bereich? Kennt ihr irgendjemanden, der es im Let's Play-Bereich macht? Weil man eben so ein bisschen Druck hat, dass man denkt, ja, komm, jeder lädt so viel hoch, lade ich auch so viel hoch oder man hat Spaß dran natürlich, ne, will ich ja jetzt niemandem, ähm, vorwerfen hier, dass er sich nur dem Druck beugen würde. Es macht ja auch manchen Spaß oder wollen auch so viel hochladen. Aber für mich ist es einfach wichtiger, Gags reinbauen zu können, dass ich mal Zeit habe, irgendwas Spezielles zu machen, mal eine Zeitlupe oder so reinbauen können oder Kommentare einblenden oder sowas. Also, dass ich einfach mehr Zeit habe dafür, mich auf meine Videos zu konzentrieren, damit sie auch besonderer werden. Ich persönlich bin immer unzufrieden gewesen mit Videos, die, ähm, warte, ich bin schon an 10 Versteckenblücken vorbeigelaufen, die so hingeschmiert wirken oder die so in Reihe produziert und 10.000 Mal hintereinander aufgenommen und man kann sowieso keine Tipps mehr geben, wenn man wollte. Äh, das hat mich, Alter, versteckt sich noch, geil. Ähm, das hat mich auch immer so, so an den anderen Videos gestört und deshalb wollte ich halt ein bisschen was anderes machen, so. Also, ich könnte wahrscheinlich theoretisch jeden Tag ein Video hochladen, dann hätte ich allerdings wenig Zeit für andere Sachen und, äh, das würde ich auch nicht wollen. Kann ich aber verstehen, dass du regelmäßigeren Content haben willst, ähm, weil ich weiß, dass das teilweise... Ist das nicht die Blume denn? Ja! Ja, Mann! Wir haben gefunden! Boah! Haben wir gewonnen? Haben wir gewonnen? Äh, man, das Ende des Siegers hat gewonnen. Yeah, Mann! Geil! Hahaha! Ich glaube, so viel Zeit hatten wir nicht mehr. Sehr, sehr schön. Ähm, der war ziemlich auffällig, weil ich wusste, dass das eine Blume sein musste im Blumentopf. Und keinen Tannendings. Gut. Ausnahmsweise sind wir mal nicht rausgeflogen. So, wo war ich grad stehen geblieben? Bei, ähm, ja, also ich persönlich würde mir halt ein bisschen mehr Zeit für die Videos nehmen. Dementsprechend, äh. Und Regelmäßigkeit sollte auf jeden Fall vorhanden sein. Fällt mir ein bisschen schwer, weil ich sehr verpeilt bin. Also es ist nicht negativ gemeint. Ich wollte, äh, nicht das generell vorsehen, nicht regelmäßig Videos hochzuladen. Da sind zwei drin. Sind nicht irgendwo mal mehr drin oder so? Einer, neun, neun. Neun ist bis jetzt das Größte, was ich gesehen habe. Ich gehe nicht mit neun drin. Oder jetzt, zwölf. So, oh, ja, das wird geil, das wird geil. Da kann ich mich jetzt gleich richtig auf... Ich muss mich erstmal wieder orientieren. Ich glaube, das war da hinten. War das da hinten? Äh, nein. Man startet hier immer woanders, deshalb... Ah, hier war das, oder? Oder ist die Map ein bisschen umgebaut worden? Äh, ich muss mich grad erstmal orientieren. Äh, äh, wo war das noch? Hoffentlich werde ich jetzt nicht am Anfang direkt erwischt, bevor ich das suchen kann. Ehm, 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 ehm. Hier war das, glaube ich. Ne, ist das... Ach, das ist, glaube ich, umgebaut worden hier. Ach ne, doch, so sah das aus. Das sah nur so halb zerstört aus. Richtig. Ähm, und zwar kann man sich ja hier... Hatte ich ja vielleicht sogar schon mal ne Aufnahme gezeigt. Hochspringen. Und dann kann man sogar, wenn man ganz geschickt ist... Ah, genau. Früher könnte man noch da drauf springen. Aber das haben die jetzt geändert. Hehe. Früher könnte man von da dann noch da drauf oder auf den Baum oder so. Aber das haben die wohl geändert. Gut, was sind wir eigentlich für ein Block? Wir sind ein Cobblewall. Dann passen wir natürlich exzellent hin. Aber wir können jetzt hier ein bisschen gucken und schauen und so. 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 Dann warten wir, dass wir ein fester Block werden. So. Der zweite Kommentar kommt diesmal von einem NupeLP. Und der geschrieben hat, dass er einen Kommentarstil sympathisch und beruhigend findet. Mensch, Mensch. Das wären ja so ungefähr die letzten Sachen, die ich mir zugeschrieben hätte. Ähm, und dass der... Dass es... Äh, dass es daran liegt, wenn er kommentiert oder nicht, dass es in der Abobox kommt oder eben nicht. Oder ob es ihm interessiert. Etwas interessiert oder eben nicht. Nee, das ist ja ein zufällig. Ah, okay. Also nicht, dass es in der Abobox drin ist, sondern, äh, ob es ihn interessiert, was in die Abobox reinkommt. So. Man sollte es vielleicht mal, äh, besser lesen können. Ähm. Joa. Da wäre es natürlich noch cool, wenn du mir gesagt hättest, was dich denn davon interessiert. Ich meine, halt ein Sieg. Okay, habe ich jetzt gemacht. Aber was denn sonst noch? Also eher so ruhige Sachen. Das war die Frage eigentlich letztes Mal. Ähm. Aber gut. Das ist also so ein Typ, den ich letztes Mal angesprochen habe. Aber dann, wie gesagt, was interessiert dich denn? Was hat dir denn davon am meisten gefallen, was ich bis jetzt gemacht habe? Außer haltens Sieg jetzt. Also eher so ruhige Sachen, nehme ich mal so an. Okay. Ich dachte, ich habe auch Mario Party gemacht, weil ich dachte, das wäre etwas ruhiger. Aber war dann doch wohl nur P4P und drauf Klopperei und so. Das wusste ich ja dann auch nicht, wie viele Blöcke hier rumlaufen. So. Dann kommen wir zum letzten Kommentar. In dieser Runde mal wieder ein langer Kommentar von AnimeTV. Yay. Lange, lange nichts mehr von dir gelesen. So. Und zwar hat er geschrieben, dass er Wettbewerbsblue und Heightens Sieg am angenehmsten zum Zuschauen fand. Ähm. Ja, jetzt habe ich eine Begründung, bald mal wieder Wettbewerbsblue zu machen. Finde ich gut. Übrigens, falls sich wer wundert, dass heute irgendwie zwei Videos gekommen sind mit Wettbewerbsblue. Das hatte ich schon hochgeladen, aber es war irgendwie wieder privat. Ich dachte, ich hätte es veröffentlicht. Habe ich es nicht veröffentlicht? Kam in einer Woche mal gar kein Minecraft-Video? Oder bin ich so verpeilt? Oder war... Äh... Ist das nur irgendwie wieder... Ah, da ist noch einer geschafft. Ähm. Oder hat es nur wieder mal einer... Äh... Hat sich wieder irgendwie gebackt und es ist wieder automatisch privat gestellt worden. Das würde mich wirklich interessieren. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich es veröffentlicht hatte. Habe ich es nicht veröffentlicht? Das kann doch nicht sein. Vielleicht glaube ich nicht. Äh, wie auch immer. Wenn es nicht veröffentlicht wurde, habt ihr jetzt zwei Videos. Happy Birthday, Osterspecial und so. Also... Tut mir wirklich leid, wenn das... Wieso ist er eigentlich wieder runtergesprungen? Ich verstehe es nicht. Ähm... Deshalb sorry, aber... Also für dich ist jetzt schön, es kommt noch eine Red vs. Blue Folge. So, was haben wir sonst noch? Ähm... Über ein Thema reden. Richtig, richtig. Heute kommen ja noch die Anime... Äh, meine Lieblingsanimes kommen gleich noch. Ich wollte erst mal die Kommentare sozusagen loswerden. Wie der mich nicht beachtet. Sehr schön. Ähm... Damit ich die schon mal erledigt habe und nicht vergesse und so. Gucken wir mal, ob er gleich versucht, hier rüber zu springen oder nicht. Ne, versucht er nicht. Okay. Ähm... Deshalb... Ja... Kommt gleich noch... Kommt gleich noch das Thema. Und vielleicht noch ein anderes Thema, was mich äh... Letztens ein bisschen interessiert hat. Ähm... Blablabla... Bei Minecraft manchmal Themas einbringen und manchmal nicht. Okay, ich werde auf jeden Fall versuchen, mehr über Themen zu reden. Hab ich verstanden. So... Improvisieren. Äh, blablabla... Würde ich in 15, 20 Minuten packen. Ja, das Problem bei Deus Ex bei mir ist, warum ich das nicht in äh... kleineren Parts machen will, dass man gar nicht mehr vorankommt. Also ich überlege momentan schon das auszubauen auf zwei Videos die Woche, die in 15, 20 Minuten lang sind. Weil so kommt man einfach nicht voran, ne? Also ich werde ja niemals fertig mit diesem Let's Play. Vor allem bei meiner verpeilten Spielweise, der wirklich also unglaublich... Also für jeden Scheiß dann so lange braucht, weil ich immer so unsicher bin. Dass ich nicht bei jedem Scheiß sterben will und so. Ähm... Deshalb, ich glaube, ich werde es auch mal auf zwei Videos in der Woche 15, 20 Minuten erhöhen. Wenn ich das hinbekomme. Aber das ist so momentan ein Plan. Dann am Freitag dann noch eine Folge oder so. Ähm... Weil Freitag nur Meinung habe ich jetzt in letzter Zeit nicht gemacht, weil ich nichts gehabt habe, was mich so derart interessiert hätte, dass ich davon eine Nur-Meinung-Folge gemacht habe. Also das muss mich schon ein bisschen... Ich muss schon richtig Lust haben, dazu was zu reden, wenn ich so eine Folge mache. Und dementsprechend ist bis jetzt nichts gewesen. Äh... So... Ja, mit... Ja, aber... Dann meinst du noch, dass man schneller für Partner-Schlubs haben konnte, wenn es 15, 20 Minuten sind. Aber so viel Unterschied ist das ja nicht. Also das unterschätzt du, glaube ich, ein bisschen. Und man 15, 20 oder 20, 30 macht, ist gar nicht so ein großer Unterschied. Weil die Render-Zeit und die Hochlad-Zeit ungefähr gleich hoch ist. Also obwohl man da, ähm... Man denken könnte, okay, jetzt lädt man natürlich viel weniger hoch. Haben wir eigentlich gewonnen? Ja, cool. Äh... Aber die Upload-Zeit ist gar nicht mal so viel geringer. Also es ist ungefähr gleich. Also so viel Zeit, die man da einspart, ist das gar nicht, wie du vielleicht denkst. Weil mein Internet einfach so kacke lahm ist. Also ein Freund von mir kann wirklich so 20 Minuten Parts in 720p in 20 Minuten hochladen. Davon träume ich. Äh... Weil sowas geht einfach bei mir überhaupt nicht. Aber ich plane halt dann 2x15... Ich kann doch mal schreiben, was ihr von 2x15 Minuten halten würdet. Würdet ihr sagen, joa, ist gut. Oder würdet ihr sagen so, äh... Nö, dann macht lieber ein. Ich mag längere Parts mehr. Ähm... So. Dann hast du noch einen Anime-Tipp für mich. Boah, das ist ja ein schöner Übergang gleich zu dem Anime. Ähm... Nehme ich das mit Great Teacher Unisuka? Unisuka? Ich spreche es mit Sicherheit falsch aus. Äh... Wer Teacher Unisuka angucken soll. Werden wir mal gucken. Ich habe ja jetzt ein... Obwohl, ja... Die Ostern ist eigentlich schon wieder fast vorbei. Eigentlich habe ich nicht mehr so viel Zeit. Aber grundsätzlich gucke ich da auf jeden Fall mir mal die ersten Folgen an. Mal sehen, was das so ist. Hört sich ja irgendwie so nach Lehrern und Highschool und so an. Mal gucken, ob es sowas ist oder komplett was anderes. So. Dann würdest du noch deine Rechtschreibfehler entschuldigen, weil es halb 3 ist und du schwerste Kinderarbeit leisten musstest. Jaja... Eltern helfen ist schon schlimm. Ähm... Wo ich das so gut wie fast nicht mehr mache, weil beim Einkaufen bin ich einfach nie da normalerweise. Weil... Ähm... Also ich helfe beim Auspacken immer. Aber weil wenn mein Mutter einkaufen fährt oder so, bin ich meist nicht da, weil ich in der Uni bin. Oder halt schlafe. Ähm... Am Wochenende. Deshalb... Äh... Aber beim... Äh... 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 Dann würde ich sagen, war es das soweit mit den Kommentaren. Vielen, vielen Dank für die, äh... Äh... Ja, auch teilweise netten Worte für die Kritik. Dankeschön, Dankeschön. Und dass überhaupt wieder so viele Kommentare kommen. Ich bin echt, äh... Sehr zufrieden wieder überhaupt Kommentare einbauen zu können. Ähm... Macht auf jeden Fall richtig, richtig Spaß mit Kommentaren. Dass es wirklich Leute sehen. Das ist ja immer so eine Sache, dass, äh... Alles... Die alles andere als selbstverständlich ist. Und meine Abonnentenzahl steigt ja auch gerade ziemlich... So, so durchschnittlich so langsam, aber stetig an. Ähm... Nicht, dass mir Abonnenten so viel bedeuten würden, aber es ist mir nur aufgefallen. Deshalb... Also ich... Ich mag... Ich freue mich über Abonnenten, aber wir sind Kommentare grundsätzlich viel, viel wichtiger als Abonnentenzahl. Weil Abonnentenzahl ist so eine Zahl. Ich meine 168 Abonnenten, wie viel davon gucken denn schon meine Videos regelmäßig? Oder... Halbwegs regelmäßig. Oder sagen wir ein Video in der Woche. Tut ja schon keiner. Ähm... Ich find's schön, dass mich Leute unterstützen wollen, aber Kommentare sind einfach irgendwie direkter. Finde ich. So. Dementsprechend, äh... Kommen wir auch gleich zu meinem Anime. Was haben wir überhaupt für eine... Für eine Map gerade? Wir haben... Animal Village. Mal wieder. Können wir wieder unser Versteck... In unser Versteck zurückziehen. Das ist ja eher so eine... So eine Laber-Folge. Deshalb... Da geht's ja auch nicht um... Um fette Action oder so. Ähm... Leider kann man sich ja nicht mehr so... Boah jetzt muss ich mich wieder erst mal orientieren. Ähh... Übrigens für alle die es nicht wussten, ich habe absolut keinen Orientierungssinn. Also wirklich null. Also Orientierungssinn ist bei mir einfach vollkommen unterentwickelt worden. Ähm... Obwohl ich schon Leute gesehen habe, die tatsächlich einen noch schlechteren hatten als ich, aber das ist dann schon glaube ich so... Ein Ding der Unmöglichkeit. Ich habe den Sprung letztes Mal beim ersten Mal geschafft. Das ist gar nicht mehr so einfach, weil es ein Vierersprung ist. Das hat mich irgendwie selbst gewundert. Aber gut. Werde ich es noch schaffen? Das alles sehen Sie in der nächsten Folge. Boah. Ja, wenn man einmal draußen ist, ist es gar nicht mehr so einfach. Mal gucken, schaffen wir es noch? Oder werden wir versagen elendig und werden entdeckt werden? Meine Fresse, der Typ hat es auch schon länger geschafft. Dankeschön. Ja, Vierersprünge sind nicht so einfach. Also es war ja, glaube ich, ein Dreiersprung plus eins nach oben. Und das ist ja quasi ein Vierersprung. So. Dann kommen wir zu meinen Lieblingsanimes. So. Und zwar werde ich jetzt mal schon mal im Voraus ankündigen. Ich kenne nicht viele Animes. Und habe nicht viele Animes. Also ich kenne schon relativ viele Animes. Aber ich habe nicht viele wirklich ernsthaft geguckt. Dementsprechend werden jetzt eher die Klassiker kommen. Ich warne euch schon mal vor. Ähm. Nur damit sich hier keiner beschwert. Und letzter Zeit hatte ich halt auch, äh, auch eher so, wäre ich eher so auf einen Serientrip, wenn ich denn Zeit hatte. Oder auf einen Zocking-Trip einfach. Weil von der Uni her oder so habe ich jetzt auch nicht mehr so viel Zeit. Und über Ostern kenne ich noch etwas anderes. Aber das kommen wir ganz am Ende. Das wird so ein kleiner, äh, ja, so ein kleines Add-on. So ein kleines Zusatz. Ups. So eine kleine Zusatzinformation für alle, die durchgehalten haben. Aber dazu kommen wir erst ganz am Ende. Ähm. Daran habe ich dann momentan gearbeitet. Uh, was hat er da gearbeitet? Also, auf Platz 3 meiner momentanen Lieblings-Animes, äh, liegt immer noch One Piece. Yay, One Piece, Standard-Anime, yay, in die Länge gezogen. Also, nee, was ich in diesem Anime einfach so cool finde, ist, dass man sozusagen das Gefühl hat, wer von Anfang an dabei gewesen. Und es entwickelt sich auch wirklich. Es ist zwar, es ist zwar mega krass in die Länge gezogen. Ich denke mal, da wird keiner widersprechen. Und es gibt nur zwei Sucher, okay. Ähm. Und dass er unglaublich in die Länge gezogen ist. Also, es ist nicht mehr feierlich, wie lange er in die Länge gezogen ist teilweise. Ähm. Vor allem, wenn man dann mal den Manga liest. Da habe ich auch die ersten Wifi-Bände jetzt von. Äh, sie, glaube ich. Ähm. Die sind einfach viel, viel kurzer, kürzer und knackiger. Einfach so zusammengefasst, muss man so sagen. Ähm, weiß ich aber, man ist einfach von Anfang an dabei. Und man hat so das Gefühl, man würde so alles miterleben. Wie sie so langsam immer größer werden. Und es entwickelt sich wirklich. Und am Ende sind ja, wenn man die Situation am Anfang mit der am Ende vergleicht, am Ende hat halt jeder Schiss vor dieser Priaten-Crew eigentlich. Und der Name hat schon eine richtige Bedeutung. Und das finde ich einfach so cool. Es ist nicht mega in die Länge gezogen. Es passiert nichts. Sondern es passiert wirklich was. Wenn die ein paar Bosse da besiegen, also ein paar, ähm, keine Ahnung, Mega-Piraten-Champs-Leute. Hier, ich gehe schon Champs. Ich gehe schon auf League of Legends. Ja, ja. Also so ein, ähm, ja, seit so einen größeren Gegner besiegt haben, dann bekommen sie auch Aufmerksamkeit. Sie bekommen höhere Steckbriefe. Die Marine reagiert anders auf sie. Und jetzt, heutzutage sind ja schon fast legendär, muss man ja dazu sagen. Ähm, das finde ich einfach so cool. Es passiert wirklich was und die Umgebung ändert sich und die Leute ändern sich. Obwohl die Leute eigentlich, also wie die Leute auf sie reagieren, vom Charakter her erinnert sich eigentlich so gut wie gar nichts. Aber, pff, so ist das halt. Außer von Sanji war eine kleine Entwicklung, wo er vollkommen durchgedreht ist und dann jetzt wieder im normalen, perversen Bereich angelangt ist. Aber das ist, äh, kann man ja nicht wirklich als Charakterentwicklung bezeichnen. Aber ich finde es einfach so cool und diese, diese Momente teilweise sind einfach so genial. Also, ähm, übrigens, sorry, dass ihr jetzt so wenig seht, aber das ist halt halt ein Sieg. Ähm, die Momente sind halt teilweise einfach so geil, dass man, ähm, ja, wenn er halt nach, nach fünf, äh, gefühlten 35 Folgen da irgendwie gegen diese Typen kämpft und dann endlich mal, nachdem er schon halbtot am Boden liegt, aufsteht und nochmal voll in die Fresse schlägt. Diese Momente sind einfach so cool. Oder, äh, wo der so ein Typen einfach, ähm, ihn nervt, aber man weiß, oh mein Gott, der wird voll von den, äh, von der Marine unterstützt und dann kommt gleich ein Marineadmiral rein, wenn man denen nur irgendwas antut und der haut ihm trotzdem voll kann in die Fresse. Das sind einfach so coole Szenen, die einfach so richtig mitreißend sind. Man hängt da vor und denkt, boah, ist das geil. Äh, deshalb liebe ich diese Serie auch so. Genau wegen diesen Szenen. Die sind einfach, boah, und dann, dann will man gar nicht mehr aufhören zu gucken, wenn man so eine Szene hatte. Also, es ist schon echt supi, supi. Dann kommen wir zu Platz zwei. Ähm, das ist ein Anime, auf dem ich an Freund hingewiesen wurde. Wurde ja auch nicht wenig gepusht in letzter Zeit. Und zwar geht es um Fullmetal Alchemist. Ja, kennt wahrscheinlich der ein oder andere von euch. Vielleicht, man weiß es ja nicht. Ähm, an sich geht es darum, dass zwei, ja, Alchemisten, dass es sozusagen Alchemie in der Welt gibt. Und man kann Sachen in andere Sachen verwandeln. Und dann halt, dass zwei Brüder beim Versuch, ähm, ihre Mutter wiederbelebt, wiederbeleben zu wollen. Ähm, dann halt der eine den ganzen Körper sozusagen verliert und der andere halt ein Bein und ein Arm. Beides, ein Bein und ein Arm. Und, ähm, dann hat eben beide und der eine, der schafft es halt noch, dem anderen so den Geist sozusagen in die Rüstung einzuverleiben. Und, ähm, er selbst hat dann halt so mechanische Ersatzteile sozusagen. Dann versuchen sie halt letztendlich ihre Körperteile wieder zu bekommen und kommen da halt immer größeren Geheimnissen auf die Spur. Und, ähm, ich persönlich finde diesen Anime eigentlich deshalb so cool, weil auf den ersten Blick sieht er fast kindisch aus, ne? Also auf den ersten Blick wirkt es so, äh, ach ja, ist ja niedlich. Das wird bestimmt wieder so ein Anime, der mega in die Länge gezogen ist und voll kindheitsfreundlich. Aber wenn man dann nur die ersten Szenen sieht, dann denkt man schon, okay, okay, doch, vielleicht ist er doch anders. Weil wurde allein das Blut spritzt, während die ihre Beine und Arme und so verlieren und alles. Ähm, also es ist jetzt nicht brutal oder so, aber es ist schon so, pff, dass man denkt, okay, joa, pff, und, ähm, muss ich schon sagen, das ist schon echt, puh. Und der, die, die Entwicklung ist einfach so richtig krass. Also das letzte, äh, Viertel ist so unglaublich krank. Also da, da geht die Geschichte einfach so in eine Richtung, die einfach so unerwartet kommt. Also unglaublich unerwartet und einfach so krank ist. Und, äh, ich hab ja auch noch gehört, dass es noch, ähm, noch, äh, Fullmetal Alchemist Brotherhood gibt, wo das Ganze noch extremer sein soll. Ich muss schon sagen, teilweise ist die Entwicklung da auch schon so krass. Du hast gedacht, ja, okay, das ist ein netter Typ und da kommen so Geheimnisse überall raus und denkst so, was? Ne, das ist jetzt nicht euer Ernst. Er hat das jetzt nicht im Ernst gemacht. Ähm, also das ist, das ist, die Entwicklung am Ende ist richtig krass und richtig mitreißend. Und, äh, wow. Einfach wow. Also es ist einfach, jetzt war ich komplett durchgedreht eigentlich am Ende, aber genau das finde ich so cool. So, also man kann einfach gar nichts mehr voraussehen am Ende. Man hat wirklich keine Ahnung, was noch passieren wird. Also richtig, richtig krass. Vor allem das, also zwischendrin hatte ich teilweise das Gefühl, ja, ist ganz okay. Vor allem, weil ich vorher den, äh, Anime auf Platz 1 ist, der gleich kommt, ähm, gesehen hatte. Da dachte ich so, ja, ist ganz okay. Aber dann das, das letzte Viertel hat so weggerockt. Also, allein für das letzte Viertel lohnt es sich, den kompletten, äh, Anime reinzuziehen. Vor allem, man denkt, ja, okay, das erreichen sie sowieso nie, was sie sich vorgenommen haben. Und dann geht's einfach so und du denkst, hä, das ist doch jetzt nicht im Ernst passiert, oder? Äh, das allein wegen den Szenen ist ja richtig cool. Könnt ihr mal einen Kommentar schreiben, ob ihr den vielleicht kennt oder den einen oder anderen auf der Liste kennt. Ähm, so. Dann kommen wir auch schon dazu. Platz 1. Unglaublicher Trommelwirbel, den ich zu Vorbild einzufügen. Also, das ist ein bisschen lieber. Ähm. Also, jetzt müsste ich ja wieder ein Trommelwirbel rausholen. Dann müsste man wieder gucken, dass der GEMA frei ist. Und lalalalala. Also, stellt euch so einen Trommelwirbel vor, jetzt so einen Extrem. Und, äh, Platz 1 befindet sich. Wer des erwartet, Death Note. Yay. Oh mein Gott, so kreativ. Oh, hier kann ich mich wieder nicht verstecken. Äh, was bin ich denn? Ich bin ein... Ach, Beaconblock. Beaconblock kann man sich noch weniger verstecken. Hier fehlt keiner, ne? Das würde sowieso voll auffallen. So, Death Note werde ich dann gleich drüber reden ausführlich, sobald ich mir ein gutes Versteck gesucht habe. Voll unauffällig. Ähm. Mit gutem Versteck meine ich eins, wo ich nicht direkt auffall. Und ich verlaufe mich in diese scheiß Villa immer. Ich glaube, ich könnte echt keine Villa besitzen. Dann würde ich mich immer drum verlaufen. Das sind Toiletten, genau. Ich will eigentlich nur eine Leiter finden. Also, eine Treppe finden. Wo war die Treppe nochmal? Ich habe das so selten gespielt. Ich glaube, gleich ist mein Sucher in die Arme. Das wäre so typisch. Ja, das ist doch einer. Äh, dann gucken wir mal, dass... Ich will hier nicht direkt in die Sichtfeld laufen. Ach, hier war die Treppe, genau. Die habe ich immer voll ignoriert. So. Yeah, let's go. Bam, 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 bam. So. Eigentlich wollte ich mir ja nur einen Platz suchen, zum Chillen. Sollen wir ins Wasser gehen einfach. Weil das da fällt natürlich auch ziemlich auf als Biegenblock. Wo können wir uns denn hinstellen? Wo könnten wir uns denn hinstellen? Na komm, stellen wir jetzt einfach hier ein langweiligster, langweiligstes Versteck ever. So. Auf jeden Fall. So, jetzt sind wir ein Solid Biegenblock. Yay. Auf Platz 1 ist der Fnode. Ja, okay. Jeder, der ihn gesehen hat, wird mir wahrscheinlich zustimmen. Die ersten... Das erste Viertel ist so spannend. Also, das ist wirklich gehört zu den spannendsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Und obwohl mich das am Anfang ein bisschen abgeschreckt hat, mit, ähm... Ich weiß nicht, der Situation, dass er irgendwie so total durchgedreht ist und, ähm... Ja, halt letztendlich einen Riesengottkomplex hat und so. Aber wie episch das einfach ist. Wie genial spannend diese Geschichte erzählt wird. Also, das ist wirklich krass. Also, sowas habe ich wirklich noch nie gesehen. Dass etwas so unglaublich spannend erzählt worden ist. Ähm... Das hat mich einfach geflasht, dieses... Diese erste Viertel... Keine Ahnung, wie viele Folgen das waren von diesem Anime, haben mich einfach weggeflasht. Ich muss eigentlich sagen, danach wird es deutlich schlechter. Ich sage mal nur Stichwort Unternehmen. Ähm... Einfach klischeehaft irgendwie. Und ja... Ich meine, das gehört ja irgendwie zur weiteren Story dazu. Aber... Hm... Und ich persönlich muss sagen, äh... Dass mir Light von Anfang an mega unsympathisch war. Also, von Anfang an wirklich. Es gibt ja wirklich Leute, die, äh... Die Ideen von dem mochten auch am Anfang oder so. Aber bei mir war der von Anfang an so unglaublich unsympathisch. Weil der einfach so ein klassischer Typ war. Äh... So ein klassischer Ausnutztyp irgendwie war. Und... Ja, ich bin ja so gut in allem. Und ich bin der Beste. Und ich bin so perfekt. Und so. Ähm... Ich kann solche Leute nicht ab. Also auch so, ähm... Jetzt von der Art her. Der war viel zu... Viel zu perfekt irgendwie. Also um für mich irgendwie halbwegs sympathisch zu sein. Weil er... Ich meine, er war gut in der Schule. Er sieht nicht schlecht aus. Ähm... Der zwar extrem intelligent ist. Ich glaube, wir gehen gleich drauf. Nee, doch nicht. Der zwar extrem intelligent ist. Aber halt auch total freakig ist. Und so, äh... So total freakig aussieht. Und das denkt man ja gar nicht von ihm. WTF? Der schlägt mich einfach an und geht dann wieder hin. Äh... Bis zu einer gewissen Szene dann. Muss ich, glaube ich, nicht drüber reden. Ich will ja nicht spoilern. Aber dann ist die für mich deutlich unattraktiver geworden. Die ganze Serie. Weil einfach, äh... Ich weiß nicht. Die... Das wirkte alles so ein bisschen, ja, wir brauchen jetzt unbedingt... Wir müssen das unbedingt nochmal genau so machen und so. Wie gesagt, ich versuche möglichst nichts zu spoilern. Für alle, die das noch sehen wollen. Ähm... Das war für mich dann einfach schon ein bisschen... Äh... Äh... Also ganz am Ende war es dann auch wieder relativ cool. Aber... Mh... Also über das erste Viertel kommt einfach nichts. Das ist auch ein bisschen schade. Aber... Das erste Viertel war einfach so genial. Da kommt einfach... Oh, what? Ich habe sogar jemanden erwischt. Ist er tot? Ich glaube schon. Nein. Hä? Wieso kann ich den nicht schlagen? Hä? Das finde ich ein bisschen komisch, dass das so buggy ist. Yo. Nice. Weil man sieht den irgendwie da nicht mehr. Also keine Ahnung, was das war. Aber, äh... Nun gut. Boah, es verschenkt nicht noch zwölf Leute, ey. Warum genau dahin schlagen, wo gerade eins oben ist. Also... Auf jeden Fall... Natürlich... Aber ich denke mal, jeder, der halbwegs irgendwas mit... Ähm... Animes zu tun hat. Alter, man kann in den Garten gehen. Das wusste ich noch gar nicht. Das ist neu, dass man in den Garten gehen kann. Da erinnere ich mich nicht dran, dass man in den Garten konnte. Wieso hat mir niemand gesagt, dass man in den Garten konnte? Hätte mich im Garten versteckt. Mann. Na gut. Also auf jeden Fall wirklich richtig krass. Eine richtig gute Empfehlung für alle Leute, die mal wieder was richtig Gutes sehen wollen. Richtig geil auf jeden Fall. So. Das war's dann mit meiner Zusammenfassung. Mein Lieblingsanimes momentan. Wie gesagt, keine wirklichen Überraschungen dabei. Ähm... Weil... Ups. Ich halt noch nicht so mega viele Animes gesehen habe. Aber sie sind schon... Alle sind recht cool gewesen. Auf jeden Fall. Muss ich sagen. Äh... Ich werde auf jeden Fall mal in den Anime, die mir der Herr Anime-TV empfohlen hat, reinschauen. Ich glaube, ich überziehe jetzt schon mega. Warte, ich möchte mal kurz nachgucken, ob viel ich jetzt überzogen habe insgesamt. Ähm... 30 Minuten schon. Ach so, kacke. Okay. Eigentlich wollte ich nicht um ein anderes Thema reden. Aber ich glaube, das lassen wir dann mal. Und ich beende mal die Folge hier. Alter. Tut mir echt leid, Leute. Ich habe mich etwas verquatscht. Ähm... Seht es als Oster-Special an. Ähm... Oh, die Folge ist auch... Ah, ist ja passend. Genau passend. Das war es dann mit dieser etwas überlangen Folge. Ähm... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ach, noch eine Sache am Ende. Äh... Hatte ich ja schon gesagt. Ich habe momentan an einem Dark Souls 2 Best-of vom lieben Zimbelmann. Wenn wir hier unten in die Ecke gucken. Da irgendwo. Da steht er. Ist er nicht süß? Ah, das sieht dämlich aus. Erinnert ihr euch? Letzten Part haben wir uns in einen Sarg reingelegt, sind rausgestiegen und haben keine Veränderung gemerkt? Naja. Doch, unser Penis war weg. Bist du feindlich? Ich weiß es gar nicht. Du siehst irgendwie feindlich aus. Probier es mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit und töte den Untoten, der hier kommt. Und wenn du mit deinem Schwer zuschlägst und untote, äh, es reibt sich zu schlägst. Nein, egal. Komm hier einfach vorbei? Das nehme ich als Nein. Äh... Verschlossen, ja. Deine Mutter ist auch verschlossen. Jetzt kommt gleich seine Schildwächter-Armee. Keine Chance, kleine Hundis. Wuff, wuff, Motherfucker. Es ist wie ein Tanz. Ein Tanz des Todes! Und ein sehr fitter Enteignet. Du bist, wer du bist. Hey! Machst du mich an? Wo ich gerade eine Folge nach der anderen im Stück aufnehme, das dann wieder bereue, wenn ich jetzt dann wieder alles im Nachhinein... Pfff! Felsen. Felsen. Großer, böser Felsen. Ich hab's gehört, ich hab's gespürt und ich bin tot. Und weshalb ich momentan etwas beschäftigt war damit. Ähm... Ich hatte jetzt vorhin ein paar Ausschnitte zu zeigen, aber ehrlich gesagt, wenn die Folge schon sowieso schon... Obwohl, doch... Dann kommen jetzt gleich noch ein paar Ausschnitte am Ende für euch, weil ihr so lange durchgehalten habt. Ähm, wie das dann so sein wird. Ich glaube, es wird ziemlich, ziemlich gut. Ein bisschen ruhiger, zwar, als mein letztes Buch, aber es wird gut. Meine Fresse, ich bin schon bei 31 Minuten. Tut mir echt leid, Leute. Ähm, dann noch eine Sache am Ende. Was mich für alle Leute, die bis jetzt immer noch gucken, würde mich mal interessieren. Was würdet ihr davon halten, wenn ich einen Minecraft-Livestream machen würde? Ähm, und dafür möchte ich jetzt einfach mal eure ehrliche Meinung hören, ob ihr überhaupt Lust dazu hättet oder ob ihr überhaupt Zeit dazu hättet. Weil das ist ja beides... Also ich würde jetzt natürlich gucken, dass... Vielleicht sogar irgend so ein Doodle-Link oder irgend so was machen, dass man wirklich, äh... Gucken kann das überhaupt, wer kann dann an dem Termin. Aber es geht nur grundsätzlich darum. Hättet ihr wirklich Lust? Also es geht mir jetzt wirklich nur um eure, äh, ehrliche Meinung dazu. Weil es bringt ja nichts, wenn ihr dann sagt, nö, ja eigentlich schon. Aber dann dacht ihr so, nö, doch nicht. Wenn ihr, wenn es dann so kommt. Weil ich möchte halt nicht ein Livestream dann für niemanden machen. Weil das wäre auch ein bisschen scheiße. Und auch ein bisschen zu viel Arbeit. Dann würde ich sagen, war es das mit dieser Folge. Gleich kommen noch ein paar Szenen zum Ende. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.